ARD Text im Auftrag von Funk 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 ja ich hab nur Pistolen die ganze Pistole in zwei Jahren hier so hat sich ich hoffe es auf dem Mini weil es auf den es ist ein Leben ich hab mich dafür stehen ich hab noch mal ein blickster und minis was nein ist es nicht nee nee das ist diese ding gefriert wurde auf einmal nein 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 das ist meine ich bin jetzt dann live ja das war mein bruder und seine freundin auf jeden fall ich bin jetzt live nach diesem video ich hoffe ihr schaltet mit ein meine damen da bin ich auch wieder dabei bin ich auch dabei das ist unser bruder was willst du die haben meine volle bruder ich nehm gerade ein video ein bisschen hat jetzt jemand ein wenig sich mit dem blickster trinken unser team hat ist gleich da wenn bickster trinken jetzt da ist halt unser teammate da ja wir können wir hat jetzt jemanden wie ich er hat doch markiert nun so schwer zu verstehen meine Freunde ich hoffe ihr schaltet nachher wie gesagt und streamen ein nach diesem Video stream ich gleich da wäre auch noch ein Mini gewesen ich hasse es ich komm auch noch frei dein Ernst jetzt ne nicht sein Ernst ich mach gar nicht sein Ernst nein 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 oh nein ja recht wichtig ist nur mein Lade Funnel Controller gute Runde Freunde oh Gott das war ich nicht das war mein Bruder Lügner Lügner Keiner weil ich ein Video aufnehme misst du die Kippen da weg jetzt ich sag gleich deinen Namen Lügner D 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 Lüge そ D D D D das ist so was viele Leute glauben und es ist so ein Teil st ich bin großartig im Stuttgart durch die dort ist Dankeschön ein paar Wochensteben und in der Beinigstiebe ich will am Strand folgen die Päckchen werden das ist der Stiftung der Klamotten was hast du was hast du siehst du siehst du siehst du hast was hast du nicht gewählt das ist ein ein das ist das nicht gewählt wird man dann haben er kann nicht mehr in der Kampffahrtser was hättest du gewählt? Ich hätte Ghost das eklige Ding gewählt. Was? Jeder weiß, dass Shadow die besten sind. Naja, nicht bei allen Skins, aber bei die meisten. Bei gar keinen. Ghosts, Alter, schau dir mal Ghosts an. Bei Mieze, Shadow, Ben, aber bei Mieze würde ich nur normal spielen, bei Shadow fände ich auch irgendwie dumm. Ich frag mich, warum er überall wählen kann. Ich hab ja nicht mal für Brutus, weil ich noch nicht die Aufgaben gemacht hab. Ich konnte schon wählen für Brutus. Hast du den jetzt, Ghost oder Shadow? Nee, glaub nicht. Na also. Aber ich konnte schon wählen. Ja, aber ich konnte schon wählen. Da sie. Ich konnte auch schon wählen. Auf jeden Fall, meine Freunde. Wie gesagt, ich geh jetzt dann gleich sofort live. Wenn ihr dieses Video seht, dann... Ja, kann's machen. Dann werde ich wahrscheinlich schon live sein. Und mich würd's freuen, wenn ihr nach diesem Video direkt in den Livestream kommen würdet. Und dann gleich Halscheiben würdet, wie euch das Video so gefallen hat. Das würde mir sehr helfen, weil ich schon lang kein Video mehr gemacht hab. Und ich hoffe, es macht euch nichts aus mit dem, was mein Bruder lang gemacht hat. Weil ansonsten starte ich jetzt ab sofort immer die Aufnahmen neu werden. Mein Bruder. Da auch. Ja, aber ihr müsst euch das schon gewohnt sein. aus meinem Bruder in den Streams. Und ich bin zwar nicht so vorn, aber ich glaube, ich bin so... Ich bin so nix rotte. sorry... Ich bin so nix rotte. Ich bin mal nix rotte. Ich bin aber nix rotte. Das ist bei grösschen Ideen so. Das tut mir auch echt leid, dass mein Bruder so ist ab und an mal, aber was soll man denn da machen? Er ist 20 oder 21, irgendwie so. 21. Da sind zwei. Wo bist du? Ja, hier. Was war da vorne? Ja, wo sind's? Ja, wo bist du? Da, wo ich bin. Da hinten bei dem Haus. Mann, jetzt muss ich das Video wieder suchen. Mein Bruder hat gerade alles beendet, irgendwie. Und fast wieder mal je. P ist ausgeschafft. Ach ja, klar. Aber wie gesagt, man von mir sollte das schon gewohnt sein. Von meinem Bruder. Gehen wir zu drei Kisten? Wie ist das? Wie ist das? Es ist um halb Corona. Corona. Oh oh, ich sterbe am Fallschaden. Hier läuft er wie pein'n Ghost rum. Oh man, ich sterbe am Fallschaden. Oh man, trefft mich doch eh nicht. Einer wurde vom Sturm auf was. Ach man, ich sag dir glaubt es. Erf hab ich schon gefloppt. Was? Erf hab ich schon gefloppt. Als er mich erbt worden. Oh, das ist ne Mission anscheinend. Doch nicht. Woll ich nicht. Er macht halt einfach drei Kisten auf, ne? Kann du denn rein? Kann du denn rein? Aber es ist vielleicht klar, dass wir... Wenn wir zu dritt sind, äh... Nein, warum hab ich sie abgebaut? Warum baust du das ab? Ja, entschuldigung. Und... Ich hab jetzt mal einfach einen auf du gemacht, damals noch. Bevor du's wirklich mal gesehen hast. Damals wusste ich das nicht. Ja, weil es mir nicht geglaubt hat. Ah, da sind sie. Damals, Digga, du hast es mir voll spät gesagt. Weil ich da auch erst wusste. Okay, komm, komm, komm. Der ist halt hier bei den Franziska gegangen. Da kann meine Freunde, äh, das Video ist ein 15 Minuten Video und ich denk mal, es gibt noch ein weiteres Video da. Weil... Ja. Fahrt dann live. Ähm... Und da auf jeden Fall, wie gesagt, wenn das Video ankommt, bin ich schon live. Ich weiß, ich sag das oft, aber... Ab und an versteht man mich nicht. Wegen mein Headset. Deswegen sag ich das. Ich mach nur ein bisschen auffällig, wenn ich da am Temp da hinten im Gebüsch. Ich mach nur ein bisschen auffällig, wenn ich da am Temp da hinten im Gebüsch. Ja, Jonas, hör auf meinen Namen zu sagen. Das ist 97. Ich glaub, der hat den... Das ist jetzt eh schon egal, wie er mich nennt, weil... Jeder weiß eh schon, wie es heißt, was eigentlich nicht sein sollte. Das ist gut, der dabei ist, es weiß zum Glück keiner, wer du bist. Und sich. Hast du ein Medikliff lassen? Ich hab Verbände. Nee, bei mir ist nur Gegner. Mein Dank, Herr. Ähm, mal schauen, ob es einen zweiten Part, einen kurzen davon gibt's irgendwie meistens, oder... Wo geht das mit? Ne, hier. Den, ähm, wie heißt's? Gleich verrecke. Von wo? Ja, da, da sind... Ab in die Tonne. Genau, als ob ich da welche entfassen. Ah, ja. Die müssen komplett rüber treiben. Soll mal denn da zuhne kommen? Die müssen eh zuhne. Die müssen eh zuhne. Die geben das ja so macht wie ich. Und, klar. Ja. Da soll... Wenn wir uns brauchen. 5 und ein paar mädchen und dort soll das nicht sagen aber ist hier ein bisschen konzentriert dass sie uns hier nicht finden hoffentlich müssen sie zuhne die haben wir da angesprochen ja aber wahrscheinlich müssen wir zuhne einer hat Hitschot ja wir müssen zuhne und zwar sehr weit aber du musst ihn auch nicht vor allem sehr weit vorne an sich ist es schon weit sneaken sehr leise nur sneaken nein bau den nicht aufmachen nicht abfällig auffällig ja ich dachte da ist eigentlich schon komm hier bei den Bellis nein ja hier hier schaut mir das aus was heißt wer jemand drin ja mir war naja mal schauen wie man drin ist hier ist einer hier ist einer da hinten da hinten nicht 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 schief ich hab mich so schief nur das hier ist da eine hier ist da eine da hinten ist da keine Ahnung ist das so eine Angewohnheit zu ich bin da ich bin da man meine Damen und Herren, hoffentlich wird es hier noch gut lasst mich mal kurz hier, beschützt mich noch, ich muss mich teilen oh ja was machst du? der blockt mich können das nicht nein, da bin ich können das denn wir sind hörst du mich bitte nein komm Tinta wieso wirfst mich da immer hoch mach mich mal bitte zuerst, ich hab weniger HP nööööööööööööö kurz vor allem kurz bitte ich muss mich jetzt konzentrieren willst du die Drami dann? Kann ich sie haben? Kann ich sie haben? Noo Kommt, komm, komm Kommt der Werfel nicht bei uns? Nein, bitte, bitte! Bitte, bitte schaffst du es noch, ich hab, ich hab so richtig reingeschwitzt bei den einen Ich hab einen Squad auseinandergekommen Ihr könnt mich eh nicht mehr holen Wieso botte ich? Wieso? Wieso muss ich auf die Pampen holen? Oh Mist Ok, meine Damen und Herren, ich glaub das war's Ähm, ich bemerke mich fürs Zusehen Haut rein, Leute Ciao Ciao